Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Trouble in Terrorist Town mit der ganzen Bande, diesen ganzen Allodries und wir sind hier schön in die Casino-Karte und gleich wird herausgefunden wer Innocent ist, ja. Freut ihr euch? Ja. Das können wir heute, wir treffen uns hier am Klavier und spielen. Also treffen irgendwo an einem Ort mit ganz vielen Leuten ist gar nicht so gut, wenn man TTT spielt eigentlich. Also Leute, man muss sagen, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, der Gerrit hat den übelsten Brüller gebracht, der ist einfach während der Runde durchs Scheißen gegangen, das ist unfassbar, Alter. Und das doch als Innocent, das ist unfassbar, Alter. Ey, guckt es euch an, Leute. Cyphus, hast du irgendwelche Probleme oder was? Nein, nein, das ist okay. Ach Leute, es gibt doch auf den Maps so Möglichkeiten, dass man Sachen zusammenfindet. Ey, lasst uns mal alle hier in den Raum treffen. Ja genau, genau. Oh mein Gott. Zug, Zug im Obergeschoss. Zug im Obergeschoss. Loll. Alter. Halt deinen Maul, Gigant. Du kommst von dieser scheiß Lokomotive. Ja Junge, weil ich da weggesprungen bin. Okay, wer ist das gewesen? Ich hab die Musik gehört und bin weggesprungen. Cyphus ist tot. Und Dennis auch. Wie denn? Wer kam aus diesem Zimmer raus? Andri. Nee, dann ist es Gigant. Wer kam aus... Andri ist es. Walle? Ja. Warum redest du nicht, Walle? Weil ich hier Sachen am Sohn bin. Achso, ja genau. Ach cool. Geil. Warte mal. Gerrit? Hä? Alter, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt mal ganz ruhig hier. Was ist hier los? Was soll die Scheiße? Ja, Gerrit, das hab ich grad gesagt. Geh weg von mir. Geh, geh, geh. Nein, geh. Hau ab. Hau ab. Geh. Geh, Junge. Ey, wenn du mir folgst, ich erschieß dich. Wenn du mir folgst, ich erschieß dich. Ich warne dich. Warum leckt der Server? Was ist hier los? Nein, ich aber nicht. Ich hab keinen Bock jetzt gerade auf Kuscheln. Hab die Schnauze voll. Also, irgendwie der Andri oder Gigant sind auch noch tot. Warum leckt der Server so? What the fuck, man? Was? Bei mir läuft der nicht. Bei mir läuft der gut. Hä, lol. Bei mir wohl, ey. Ich weiß nicht warum. Gigant? Hier ist Blut. Ich hab Blut gefunden. Boah, die Karte ist ja riesig. Syphus? Schwarz oder hoch? Okay, wer ist das hier? Alter. Okay, Gigant ist es. Und wo ist... Ach, Dennis ist ja tot. Dennis Syphus, okay. Gigant ist es. Hä, nein. Ich bin gar nicht bei dir. Also, komm. Gerrit, bitte. Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Ja, fast. Das war ein bisschen blöd jetzt, ne? Curry? Du lebst noch. Dennis? Ja, Gigant ist es. Wie gesagt, lasst euch das. Der hat gerade mit der Babywaffe auf mich geschossen. Und jetzt sagt keiner mehr was. Geil! Willkommen im Casino! Doch, ich sag auch noch was. Wer ist denn jetzt hier so still? Die ganze Zeit. Hallo? Ja, ich bin noch da. Wie gesagt, Gigant ist es. Wenn du, wenn du den Gigant siehst, der war gerade unten bei diesem Casino Tisch. Wenn du den siehst, schieß ihn ab. Ich bin hier bei dem Casino. Er hat gerade mit einer Babygun auf mich geschossen. Allein, dass er jetzt die ganze Zeit ruhig ist, er lebt noch. Der ist die ganze Zeit ruhig. Ich bin hier bei, aber hier ist keiner. Boah! Gerrit! Gerrit! Ja, da müsstest ihr beide sein, Alter. Ich bin, äh, innocent. Mhm. Wie kann ich denn den Jetpack anziehen? Hä? Siehste? Warum antwortest du mir nicht, wenn ich Gerrit sage, Gerrit? War ich am gucken, war ich gar nicht zwei Sachen noch immer machen. Ja, dann bist du Traitor. Was bin ich? Warum bin ich das denn jetzt? Ja, du willst doch den Jetpack anziehen. Ja, der wollte, weil der wollte den haben. Hä? Ja, wollte ich nehmen, wenn ich einen gibt. Äh, also Gigant ist es auf jeden Fall. Walle! Huch, was war das denn? Oh, ich glaub da hat grad einer einen Atomschiss gelassen. Der hat richtig sich weggeschissen, Alter. Alter, holy jörg. Was denn da passiert, Mensch? Alter, das ist richtig explodiert. Ich glaub, der hat Chili gegessen. Wie der Cyphers erschossen wurde, ist ja lustig. Was machen, Mann? Ich mein, du kannst mit Shift hier reden. Muss ich auch beim TS muten, ne? Genau. Ja, ja. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hab nur noch 16 HP. Ich hab aber drei Leute geholt. Walle? Jo. Ja, dann seid ihr jetzt beide, ne? Gigant und... Warum? Der wusste nicht, Gerrit. Hä? Wo bist du vor allem? Ja, ja. Das willst du ja gewissen, ne? Ja, wo seid ihr alle? Ich seh überhaupt keinen Schwanz. Ich seh ja nicht die ganze Zeit alleine rum. Nicht hier rüber? Ich kenn die Karte. Leck mich. Leck mich. Leck mich gigant, Alter. Ich war gigant. Äh, Sarazar. Willst du mir mal erklären, warum du nicht Trader bist? Tja, das hab ich mir nicht so ausgesucht. Ja, komm mal da auch rein, ey. Sicher. Wo ist denn der Gerrit? Lebt der noch? Ja, der fliegt mit dem Jetpack grad da oben an der Decke. Ja, weiß ich nicht. Hast du ihn erledigt, oder was? Ne, der fliegt doch grad mit dem Jetpack. Ich seh, ich seh gar nichts. Bin hier in dieser Halle. Ja, bist du jetzt Traitor, oder bist du nicht Traitor? Es sind doch noch ein, zwei Leute hier. Auf jeden Fall. Also ich lauf hier die ganze Zeit unten beim Casino bei diesem Tisch rum, aber da ist keine Sau. Es gibt auf jeden Fall noch einen. Oder du bist es halt. Du bist es. Hä, willst du mich grad verarschen? Ich hab den Gigant grad getötet. Ich hab den Gigant grad getötet, Walle. Das heißt ja nix. Kann ja auch ein Ablenkungswandel sein. Damit ich auch einen Trick als letzter reinfalle. Der Gigant war neben dir mit dem Raketenwerfer und der Raketenwerfer hat halb durch den ganzen Raum geguckt. Du hast ihn einfach nicht gesehen. Kann das sein? Wo meinst du solchen Raum? Der war hinter der Bar da, ne? Ne, das hab ich gerade nicht gesehen. Das sah so lustig aus. Aber ich weiß nicht, warum das bei mir so leckt gerade. Ich hab keine Ahnung. Du hast auch eine gute Bedeutung. 11. Ey, man muss echt diesen Traitor-Chat da nutzen, ne? Wir hätten uns da eigentlich absprechen können. Wie öffnet man den denn? Aber ich hab den einfach auch nicht gefunden, den Curry. Wie öffnet man den Zett, oder was? Jaja, das war das Problem. Und dann war der Bedeutung. Schiff, glaub ich. Schiff, glaub ich. Mit Schiff des Voice. Du Assi, du Assi. Traitor-Voice, glaub ich. Alter, der Gerrit, ey. Der tat mir so leid, wie der sich erschrocken hat, ne? Ja. Mega, Alter. Mega. Das war eh kein Mitleid. Ja. Mit alten Männern hab ich immer Mitleid Gerrit. Ich dachte für einen Kurzmoment, dass der Gerrit das ist, ey. Ja, und dann hab ich Gerrit umgebracht. Ich bin nie Traitor. Ich dachte auch für einen Kurzmoment, dass der ist. Ey, du warst doch mein Traitor-Kollege. Ja, ja. Bin hier mit Geld retten, äh, mit Killarine. Das war die Ironie. Mit Sarrelz drin hier. Sarrazaun smoken. Ben Salz? Mit Sarri, hab ich gesagt. Mit Sarrelz, hat er gesagt. Immer schön. Alter, ey. Es ist Teil, äh, an der Zeit, einer wunderschönen Abend zu haben, Leute. Hä, was? Was spielen wir denn? Was spielen wir denn? Ich hab geschossen, nein. Warum hast du geschossen, Warte? Muss mal die Meck ausprobieren. Mecken schießt, oder was? Ja, genau. Boah, Meck, Alter, boah. Boah, ich hab Bock drauf, ne? Ich hab voll hochgeil, Alter. Ja, auch. Ich würd gern mein Auge grad essen. Hey, 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 Gerrit, komm zurück. Komm sofort zurück. Ich würd gern mein Auge grad essen. Hey, 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 Cyphus, hey, 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 hey. Du wärst jetzt ohne, ohne was zu sagen an mir vorbeigelaufen, ne? Ja. Ich hab die Diegel. Ich hab die Diegel, ja. Die sucht die Pistole. Wie lange warst du jetzt gerade im, im, äh, Traitor-Shop, äh, hier? Ja, ich muss halt gucken. Cyphus, hier ist die. Cyphus, hier ist die. Cyphus! Bin ich mit dem Smoker, mit dem, äh, ja, dann smoke den mal weg da, der ist, glaub ich. Ich bin gar nicht bei dir, was erzählst du denn. Hä? Wer schieß denn da? Wollt ihr mich alle verarschen, Mann? Hä? Gerrit, warum sagst du, warum sagst du, dass du nicht bei mir bist, obwohl du neben mir herläufst? Hä? Wo bist du denn? Cyphus, Cyphus, Cyphus. Ja, ist die noch da, ja. Balle? Ja. Mhm. Äh, was ist denn jetzt? Was ist das denn, Lokomotive? Alter! Wie laut ist das denn bitte, Alter? Hä? Hä? Was ist hier los, Alter, Scooter? Hä? 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 What the fuck, Mann? Okay, irgendwo hat da irgendwo eine, äh, Eisenbahn hier gefahren, Alter. What the fuck, Junge, Scooter springt da auf Trampolin, Alter? Hä, warst du das, Sarasa? Nee, ich bin hier drinne. Ja, ja, Balle, du bist hier drinne. Hä? Der ist safe traitor, Mann, safe. Ey, Giganto, du musst mal darauf achten, der Walle ist immer, wenn er irgendwo irgendwas vorhat, dann ist so leise, ne? Da musst du echt drauf achten, das ist so krass, Alter. Ja, okay, dann, ich, ich verfolg den jetzt hier. Der ist direkt hier bei mir. André, weg! Hä? Der André, der lebt ja auch noch, was? Ja, dann mach das. Ja, natürlich lebe ich noch. Ganz ruhig, Silvis, ganz ruhig. Immer mit der Ruhe bleiben, ne? Also ganz, ganz vorsichtig. Wir haben einen schönen Tanz vor uns. Der, der versucht nicht zu aimen, weil der hat wahrscheinlich irgendeine Waffe, irgendeine Waffe oder so. Ja, lass mal gucken. Ja, wer weiß. Alter, der Scooter, Mann, holy shit, ey. Wie du hast. Wollen wir den hier machen. Hat der gemacht? Casino Royale. Hast du gar nicht. Doch, hab ich wieder aufgekommen, ganz schnell. Wow. Also, ich, ich verdächtige Saraza. Warum? Sag mir bitte warum, Giante. Ja, weil, ich bin grad, der war ultra verwirrt grad, ne? Als ich bei den Raum reingekommen bin. Das ist kein Grund. Und, ja. Kann ich auch mal ausreden? Hä, das ist doch bei mir normal. Alter, direkt Top-Ding zu mir kommen. So. Hey! Loll! Cyphus! Cyphus ist es, Cyphus ist es! Nein! Er sieht nur... Doch! Loll! Hä? Hä, what the fuck? Von oben, von oben, von oben ne Baby. Okay, Andre, warte, ich vertrau dir jetzt. Andre, wer war das? Wer ist das? Da oben. Ich hab gerade drauf geschossen. Okay, der ist jetzt hier irgendwo. Irgendwo hier, komm mit hoch, komm mit hoch. Wah! Hier bei mir! Junge! Du bist so ein Mixer! Das ist doch nicht wahr! Geil, ey. Einmal alle weg jetzt. Alter! Wuuuuh! Bisschen Curry-Kopf wieder, Alter. Ohne Witz. Holland 1. Cyphus, Mann. Fuck Cyphus, ey. Sorry. Wen hast du denn da umgebracht? Wen hast du da umgebracht? Wen hast du da umgebracht? Ja, ich muss den einfach in einem Scheißgang die Lokomotive fahren lassen, Alter. Ohne Witz. Vorne im Lokomotivenhaus sitzt Scooter drin, Alter. Bei mir kommt einfach nur Tommy so durchs Gesicht gefahren. Weißt, ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist, Alter. Aber ich wusste, ey. Aber geil, dass die verschiedene Lieder hat, Alter. Das ist echt mega nice, Mann. Kann man anstellen. Ey, wenn man die braun machen würde, würde die aussehen wie die Führungsbahn im Colorado-Zug. Jo, Alter. Lass mal Colorado fahren und mach. Äh, Colli, Alter. Geh 3, 2, 1, okay. Colli. Phantasial, Alter. Wie geht los? Ja, sieh halt. Vorsicht, Vorsicht. Ich glaub, ich glaub der Gerrit ist, der hat grad gepuppt. Scheiße, der Furz war rot, der Furz war rot, der ist es. Holland, Holland, was hast du denn für eine Waffe an, Holland? André? Van der Gas, ich seh ihre Waffe nicht. Ich seh mir ihre Waffe. Ich seh mir ihre Waffe. Na ja. Ich seh die nicht. Schön, ne? Ist das? Das ist ne Ming-Vase, Curry. Oh, echt? Weg. Der hat die Wase kaputt gemacht, der Curry. Ich bin's, ich bin's. Hey, lass den alle steinigen, okay? Hä, Alter. Der muss direkt ausrasten, Alter. Ey, ich trau mich gar nicht. Okay, komm. Ja, ich vertrau dir. Kann man hier nicht irgendwas machen? Ne, leider nicht. Oh, Furz, Furz, Furz. Furz, Furz, Furz. Furz, 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 Furz. Was muss Seifers denn jetzt mit dem Schrank da oder was da da ist? Der bums den. Aktenkoffer. Das ist was wichtiges. Ja, Schrank und Aktenkoffer. Das war das Vergleich. Hey, Gerrit, hau ab. Hat der König mal während einer TTT von uns Nasenbluten gekriegt? Ja, das stimmt. Ey, man kann hier... Ey, 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 ey. Warte, ist auf den richtigen Moment, Gerrit. Der ist schon... Der Walle ist schon wieder so still, Alter. Geh da rein, Gerrit. Ich hab mal kurz ne Frage an euch. Habt ihr schon mal ein Wort vom Walle gehört? Heute? Nee. Ich hab doch gerade eben gesagt, sogar deinen Nasenbluten kommentiert. Ja, genau. Dennis hat hier irgendwas geschmissen. Seifers? Ja, ja. Oh, das ist sehr verdächtig. Das find ich auch sehr verdächtig. Was denn? Dieses Gemälde muss überdeckt werden. Ja. Wieso? Ich bleib jetzt einfach bei dem Klavier stehen und hab Bock. Wieso? Was machst du da, Seifers, hä? Oh, 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 oh. Geh weg, Geh weg, Geh weg, Gerrit. Geh weg, Geh weg, Geh weg. André, lebst du noch? André ist vor mir. Okay, nice, nice. André lebt noch. Alle leben noch, ne? Ja, egal, Mann. André, ja. Curry ist da oben. Curry ist da oben. Hey, 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 hey. Ah, warte mal. Currybude ist hier. André, 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 André. Oh. Walle, walle, walle. Hey, oh. Hey, ich kann's. Hey, ich kann's. Was ist da? Hä? Leute, was ist hier los? Ich in der Furz wollte. Was? Oh mein Gott. Der ist jetzt direkt hinterher. Komm, Dennis. Komm, let's go. Wo ist die Sau? Wer, wer, wer? Wer denn? Warte mal. Das muss der Gerrit sein, oder? Warte mal. Wo kam das her? Der Gerrit ist der einzige, der hier ist, ne? Warte mal. Warte mal. Hier ist einer grad eben noch hochgelaufen. Die Treppe hier vorne. Ja, wer denn? Nein, 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 nein. Warte mal. Stop, stop, stop. Wir müssen uns mal grad chillen hier. Grad chillen, Leute. Smoker, 100%. Nein, 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 nein. Der hat grad die Lokomotive abgefeuert. Pfeifes. Ich hab keine Lokomotive abgefeuert. Wer ist hier noch gestorben? Welche Farbe hat die Lokomotive, Smoker? André. Weiß ich nicht. Und wo ist der Gigant? Versuchst du zu aim auf mich, oder was ist da los, Gerrit, ey? Wo ist der Gigant? Fuck, man. Gigant? Der Gigant muss doch irgendwo gestorben sein. Wenn er nicht tot ist, dann ist er's. Wer ist das? Es ist 100 pro Gerrit, weil der Gerrit war der einzige, der aus dieser Region passt. Da. Willst du mich verarschen, du Pottsau, Alter? Der gammelt da in der Ecke, Junge. Der sitzt neben der Treppe, Alter, wie so ein Pimmel, ey. Hallo? Hallo? Oh, ich hab Sarraza gefunden. Hier, hinter der Theke, unten am Casinotisch. Es kann nur der Gerrit sein, Dennis. Ja, ja, safe Gerrit. Es kann nur der Gerrit sein, weil du hast die Lokomotive nicht abgeschossen. Nee. Und ich war hinter dir. Curry, erzähl nix. Nein, 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 nein. Dennis weiß das. Dennis weiß das. Wenn der Gerrit lachen muss, weißt du? Ich war sofort... Die alten Männer falten nach oben gerutscht. Ich wüsste, Dennis. Dennis, lass zusammenbleiben, lass zusammenbleiben. Ich bin hier an der Theke. Wollt ihr was zu trinken haben? Ja. Dann kommt. Nee, geh da nicht hin, Dennis. Geh da nicht hin. Der will das doch nur. Nee, schieße. Mach die Lokomotive, komm. Ja, ne Bombe, Alter. Du bist doch beklopft, Gerrit. Was? Hast du dich selber weggesprengt? Nee, 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 nee. Alles gut. Alles gut. Wer weiß, Dennis, Mann. Detektiven Team Heidelwurst, Mann. Bam. Nee, lass ne andere, lass ne andere. Die mir bist kacke. War schön, ey. Dass man hier Plaza oder... Bowling. Community Bowling. Ja, das ist geil. Community Bowling haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Ja, Stripclub. Der andere will direkt wieder strippen, ey. Machen wir das jetzt in der Folge noch, oder was? Nee. Nächste Folge, wa? Nächste Folge, Freunde. Da wird's richtig spannend, hör mal. Ja, die gibt's immer morgen um 17 Uhr. Seid dabei, Leute! Ciao! Ciao!